Wer am Mittelmeer Urlaub macht, sollte unbedingt eine Spinnroute mitnehmen. Was ist das denn? Das ist aber schön wund. Nach dem Einplatschen durchgekurbelt. Ich hab eins. Da gibt's wieder Fisch. Da haben sie mir einen abgebissen. Das ist ja eine richtig Dicke. Unser trifft Stopp. Und so legt man ihn aus. Dann geht er ruckzuck auf. Je mehr Wind, desto besser. Auch die Dickenköpfe. Und Olli, es gibt keine Hechte hier. Hinterhergesprungen. Man kann es zwar hören, aber leider nicht sehen. Eine Bissrunde hab ich ja schon eine dicke. Ich hab Pflaster dabei. Wir haben die Lösung gefunden. Den Doppelkopf. Auf unseren Doppelkopf. Unsere Gegenwindmontage.